Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir 200 Abonnenten Special. Nein, Scherz. Dankeschön an die 200 Abonnenten. Jetzt kommt das Special, Leute. Und dabei ist der Stocki, den man gerade nicht hört. Und Malte. Hallo. Hallo. Und ja, das ist jetzt hier. Fragt ihr, was ist das denn hier? Das ist unser Server, weil wir haben schon mal gefehlt bei der Aufnahme. Aber das hier soll ein kleiner Baum sein. Und hier die 200 für jeden Einzelnen von euch. Jetzt sind es mittlerweile schon 213. Mega nice, Leute. Und jetzt wollte ich mal euch erzählen, was so jetzt das hier ist. Wie immer, wir brauchen jetzt einen Server. Und zwischendurch könnt ihr euch, ich würde auch zwischendurch immer Server vorstellen, Schreibt in die Kommentare, wenn ihr einen guten Server habt, der nicht gedownloadet ist. Also, dass jetzt nicht immer der Spaß weg ist, dass nicht immer gleich ein Server dabei ist. Ähm, lasst mal hier jetzt so eine Startung machen. Schreibt in die Kommentare, Hashtag, ich habe einen Server. Und dann, äh, oh ja, und dann. Jetzt wollen wir hier nämlich machen, hier machen wir jetzt was Schönes. Und jetzt wollte ich hier so eine Art Treppe drauf machen. Und ihr seht schon, dass hier so eine Art Baum. Und Stocki steht gerade AFK rum. Und, ja, das ist... Mega cool, ich darf die Folge jetzt nicht so lange... Werden die wir jetzt so höchstens fünf Minuten oder so. Weil das halt dann zu lange, um... Äh, das dauert halt zu lange, um das hochzuladen. So, was habe ich mir hier ein bisschen was bei gedacht? Wir brauchen noch einen bestimmten Stein. Der ist... Da. So. Da. 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 Da ist alles noch ein Hör. Zack, zack, zack. Lass mal wieder weggehen. So, stehe ich, kann auch mithelfen. So, er hört mich zwar, aber nicht gerade nicht. Ah, aber na gut. So, 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 so. Ich halte mich gerade mit dem Buch. Ähm, ja, soll er machen. Schreie machen. So, 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 so. Dann haben wir hier schon mal alles. Dann soll ich hier so die Mitte darstellen, wo man hat spawnt. So. Zack. Und dann hier in der Mitte. So soll es noch hier stehen. Willkommen auf, ich weiß noch nicht, wie ich den Server nennen soll. Schreibt auch mal Vorschläge in die Kommentare, Leute. Ähm, ja, 200. Mega nice auf jeden Fall. Ähm, andere Leute, die jetzt nicht mit dabei sind, Leute, seien nicht enttäuscht. Es ist so schwer. Ähm, Leute, irgendwie, Leute haben gesagt, darf ich mit beinziehen? Sondern, ich bin dabei sein, habe ich gesagt, ja. Aber jetzt sind sie wahrscheinlich doch nicht mit dabei. Ähm, das tut mir sehr, sehr leid. Aber ich kann wirklich nicht auf jeden Einzelnen jetzt hier warten. Denn das Video soll auch natürlich auch noch online kommen. So, machen wir mal hier. Den Boden kannst du mal aus, ähm, Eichenholz machen. Bretter, oder? Eichenholz-Bretter, oder? Eichenholz-Bretter, oder? Eichenholz-Bretter, oder? Äh, Bretter. Mach mal Bretter. So, und wir haben hier auch schon auf Details und so geachtet. Ähm, jetzt wollte ich hier so einen kleinen Weg hin machen. Weg, 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 Weg. Und irgendwie sieht's bei der Hauptauge, sieht irgendwie, ähm, hier soll noch Kies hin, für den Weg. Ähm, bei der Hauptauge sieht irgendwie alles in der Nacht irgendwie ein bisschen cooler aus. Frag mir nicht, warum, nur der fragt mich nicht, warum. Aber ist irgendwie so, hab ich so das Gefühl. So, und die erste Aufnahme ist dazu gecrasht, dann haben wir das hier gemacht. Und die Zöner haben wir eben gerade eben erst gemacht. Ganz spontan. So, die Fackeln, die kannst du einfach hin platzieren, ne? Ist ja kein Problem. Und ich weiß schon, welchen Server ich als erstes vorstelle. Walde. Dein Zöner. Also Leute, ist... Ja. So. Ich hab hier noch was ein bisschen vor. Ein bisschen plant. So. Ja, warte. So Leute, haben wir jetzt nicht so viel geschafft. In der Folge. Okay, ein bisschen können wir noch. Ähm. Was können wir noch schönes machen? Also ich hab jetzt hier eine Flat World gemacht. Die geht auch schon ein bisschen tief runter. Also wenn wir uns mal kurz angucken. Ne, ich brauch jetzt lieber nicht nach unten. Jetzt wollte ich hier nicht was Gutes machen. Ach so, ja. Jetzt wollte ich das hier machen. Ähm. Wo ist hier die Wolle? Da und da. Ich hab sowas, was richtig gut ist. Aber ich weiß nicht, ob ich schaffen werde. Wahrscheinlich nicht, aber... Na gut. Ey, nehmen wir gleich auch nochmal für dich auf, Malde. Ja. Können wir machen, oder? BVP-Action mit der MPVP-Folge kommen. Okay. Ich weiß nicht. Also ich weiß, was hier machen... Also was hierhin machen will. Aber es wird nicht schön aussehen, Leute. Ähm. Ja, wir würden auch ein bisschen offscreen weitermachen. Oh, Stocki grieft hier ein bisschen. Ich weiß. Stocki grieft. Grief. Bann grieft. Grieft. Äh, mir ne grieft. So. Das soll jetzt ein Dose darstellen. Wie hetzt er ahnt, heute? Und ja, aber das was in dieser Verlässe, eine politische Realt, damit ich gewahre und... Ciao.